Und ein herzliches Hallihallo bringe ich mal hier an. Ich mach mal eben was, so rein nebenbei, so rein, ähm, ja, wie ihr es hier grad am Tut mitbekommt, äh, mich selbst anrufen bei Skype, sag ich mal. Ähm, ja, warum mach ich das denn nur? Weil ich blöd bin und nicht dran gedacht hab, das vorher machen zu können. Warum hab ich nicht vorher dran gedacht? Weil, wie soll ich sagen, ich blöd bin? Äh, komm, starten. Super, jetzt baue ich hier grad mit mir selbst einen eigenen kleinen Steam-Shirt auf. Das ist ja, wow, also das ist ja echt enorm. Äh, Steam-Shirt ist schon am Skype, meine ich. Genau, also warum mach ich das Ganze? Wie soll ich sagen? Äh, es ist interessanter. Nee, also, ähm, ja, Original-Grüße, das bringt mir alles nix. Äh, Bildschirmfüllend. Genau, gut, dann kann ich das so auf Vollbild schalten, aber, äh, konnte man das früher nicht mal extra anzeigen? Nein, das konnte man, das konnte man mal, ich weiß noch gar nicht mehr wie. Okay, dann machen wir's einfach mal ganz geschickt. Ja, ihr seht's hier vielleicht schon, hier, könnt ihr vielleicht auch schon lesen, hier. Habe ich bei Facebook gepostet. Hier, safe film, moroba. Na ja, fangen wir am besten mal von vorne an, so nach einer Minute fangen wir von vorne an. Ähm, ja, also, wie fang ich am besten an? Hier unten, also in der Skype-Liste, also in der Task-Leiste. Seht ihr keinen, ich wiederhole, keinen, äh, Steam. Also, seht ihr Steam nicht mehr? Origin ist da, Skype ist da, TeamViewer ist da, Hamachi ist da, Fraps ist sogar an, die Tonaufnahme. Ich hab sogar die Windows-Warnung. Aber Steam ist nicht da, warum? Ah, ihr habt vielleicht schon gelesen, hier steht's ja direkt, also, der nette Herr, ihr habt mein Steam-Account geklautzt. Wie ich das rausgefunden hab, Steam ist ja, könnt ihr hier alles selbst nachlesen. Ich hab hier, ähm, alles drinstehen, was ihr wissen müsst, lest einfach mal durch. Äh, habt ihr vielleicht sogar schon, wenn nein, drückt jetzt auf Pause und lest durch. Padaaa. Und, ich hoffe, ihr habt gelesen, wenn nein und ich jetzt hier einfach viel zu schnell war, Pech gehabt. Haha. Klick einfach mal, also, hier haben wir ihm mal seine Seite, also, der war auch online, der schreibt nur nicht zurück, der Kerl. Also, wenn, wenn, wenn sein Account auch geackt worden ist, dann frage ich mich, warum der Hacker so einen Blödsinn schreibt. Oder, warum, warum er nicht darauf, die Idee kommt, seine E-Mail-Adresse zu überprüfen, die der Hacker benutzt hat, um an meinen Account von Steam ranzukommen. Also, der, der Hacker, sag ich mal so, ähm, ja, der wollte meine E-Mail-Adresse auch hacken, damit ich mich nicht beim Support melden kann und bla bla bla. Und damit ich auch gar keinen Fall mitbekomme, dass mein Steam-Account geackt worden ist. Blöd ist nur, meine E-Mail-Adresse ist gesichert über eine weitere. Und das hat ihn fertig gemacht, demnach konnte ich überhaupt nicht mehr reagieren und ich habe ihn alles verhindert. Also, ich konnte meine E-Mail-Adresse alles verhindern. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, ich möchte verhindern, dass sowas nochmal passiert. Also, ich würde gerne verhindern, dass, wie soll ich sagen, uff, ja, ich möchte gerne verhindern, dass hier so ein Scheiß nochmal passiert. Weil, es ist einfach scheiße. Ne, also, also, wer wird schon gerne gehackt, ne, also, vor allen Dingen mein Account, also, der muss ich halt sagen, ey, super. Aber, ich, ich habe ja echt nicht so viel Geld und ich habe ja auch echt nicht so große, ähm, Sachen auf Steam, sage ich mal. Aber, letzten Endes habe ich insgesamt einen Wert an Spielen von, äh, Originalpreis bei allen Spielen jetzt grob geschätzt, 500 Euro. Also, das war nicht gerade billig, das, was ich mir da besorgt. Na gut, ich habe eigentlich alles, was Angebote geholt, größtenteils. Ich habe persönlich 300 ausgegeben nur, aber das innerhalb eines Jahres, ne, also, der Account hat doch einen relativ gesehen hohen Wert. Und, naja, da ist ein Verlust. Ja, ich kam gerade meine Tasche aus, wo mein Abendessen drin ist. Und das zu dieser Uhr. Ach, ihr seid hier und seid gar nicht, yay! Wir haben 0 Uhr. Ja, ich komme gerade mit dem Abendessen raus. Ja, ich bin sehr interessant. Ja, und, wie soll ich sagen? Ist scheiße gelaufen, wa? Ähm, ja, und was ich jetzt groß zeigen wollte, ist, ich habe sogar mit mir selbst geschattet. Äh, Darkseid. Facebook gefunden und werde dich anzeigen, wenn ich mein Steam nicht wiederkriege. Das Problem ist nur, das ist kein Deutscher. Also, hier ist auch mein, äh, zweiter Account, mein zweiter Skype-Account, den ich auch nutze, um von wildfremden Personen wie... Blackie 722! Jo, ich habe das gerade Namen genannt. Äh, ich ver... Die nutze ich, um von solchen Leuten einfach, ähm, Aufnahmen zu bekommen, ohne dass die mir irgendwie E-Mail-Adresse und dergleichen verraten müssen. Weil, wer, wer, wer gibt schon freiwillig eine E-Mail-Adresse raus, zum angeschrieben werden, ne? Das, das ist unberechtigt. Also, habe ich einen zweiten Skype-Account, auf den können sie sich dann einloggen. Schicken wir dann über diesen Skype-Account an meinen privaten Skype-Account, dann die Dateien. Also, dieser Skype-Account hat dort nur einen Freund, das bin ich. Also, Feldos Soundboard nimmt auch keine Freunde an. Also, könnt ihr suchen, der heißt sogar so. Ne, die habe ich nie unbenannt, also, Feldos heißt ja anders, ne? Das muss ich mal hier machen. Aber ist ja egal. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und was ihr hier jetzt unten auch seht, hier. Haben wir einen Link. Den öffne ich einfach mal, weil ich total krank bin. Das hier ist, ähm... Ich sage einfach mal so, seine Seite. Hier sieht man auch als Betrugsversuch gemeldete Seite. Also, ich ignoriere die Warnung jetzt einfach mal. Ja, ja, bla, bla, bla. Also, so sieht sie aus. Sieht richtig original aus. Wenn man hier die Links benutzt, landet man auch überall auf Steam. Und hier verlangt er von einem, Daten einzugeben. Habe ich gemacht, also, ich muss ehrlich zugeben, ich habe hier meinen Steam-User-Namen eingegeben. Allerdings habe ich mich beim Passwort, ich habe mehrmals darüber nachgedacht, scheiße eingetippt. Also, ich nutze insgesamt in meinem Leben 20 Passwörter, und dass Steam das automatisch macht. Ja, ich habe mein aktuellstes Passwort eingegeben, und Steam hat noch mein ältestes. Also, ihr könnt da irgendein Bullshit eintippen. Wenn ihr bei Steam angemeldet seid, ladet ihr euch ein Spiel runter. Ihr könnt hier sogar ein Spiel auswählen. Das Problem ist nur, ihr ladet ein, äh... American Army 3 runter, automatisch. Das Spiel gibt es schon seit Jahren nicht mehr auf Steam. Das Spiel gab es vor Ewigkeiten auf Steam. Also, das Ding ist uralt. Ich wiederhole, das Spiel ist uralt. Aber man kennt es halt. Und das Spiel ist ein, äh... Fehler, sage ich mal. Das ist ein Programm von dem netten Hacker hier, sage ich. Und, naja, ich habe da einfach ein Bullshit eingegeben, sogar bei der E-Mail. Die E-Mail-Adresse habe ich sogar eine komplett falsche eingegeben. Weil ich dem ganzen Brat nicht vertraut habe. Muss ich ja zugeben. Allerdings kommt er über dieses Spiel, was uns ja geleitet ist, an alle Daten ran. Ich dachte mir, ey, super, installierst du es mal, guckst du es mal rein. So falsch kann es ja nicht sein. Und dann auf einmal... Weg war es. Auf einmal war der komplette Scheiß... Äh... Ja, ich muss hier mal ein bisschen was machen. Auf einmal war der komplette Account weg. Also, der wollte sich auf einmal ein Fremder anmelden. Ich wollte eben schnell das Passwort nochmal eintippen, was er ja eigentlich von einem verlangt. Und ich war zu langsam, scheinbar. Ich wollte auch eh das Passwort direkt ändern, weil... Ich hatte da eh schon ein ungutes Gefühl, sagen wir es mal so. Und... Naja, wie soll ich sagen? Also, ich hatte ein ungutes Gefühl. Demnach habe ich da auch nichts... Ähm... Gemacht... ...dran. Und... Ja, wie soll ich sagen? Da hatte ich einfach ein ungutes Gefühl. Also habe ich da eh nur Scheiß eingegeben. Und, naja, er kam trotzdem auf alle Daten ran. Und jetzt komme ich nicht mehr auf meinen Account. Allerdings habe ich den Steam Support direkt gemeldet. Auch dem Steam Support die E-Mail-Adresse, die ich durch den doppelten E-Mail-Schutz bekommen habe, gegeben. Und... Auch hier, ähm... Den Link, den habe ich dann auch gesendet. Ich habe sogar ein Video gemacht von meinem... Also, ich habe noch ein altes Video gefunden. Hier die Danksagen von Sgt. Rumpel. Wo ich die Spiele meiner Liste alle zeige. Da... Jetzt habe ich den auch gegeben, damit die einfach wissen, es handelt sich hier wirklich wie mein Account. Und habe sogar darauf hingewiesen, dass das ein älteres Datum ist. Also, dass die Spiele mehr geworden sind. Und ich habe auch sein Facebook... Das, was ich da gefunden habe, mitgeschickt. Einfach nur in der Hoffnung, dass es vielleicht was bringt. Und hier, ich zeige es einfach mal so. Das habe ich gerade vom Bedolfers bekommen. Ich habe auch gerade den Anruf beendet. Hier. Hier hat das Spiel variiert. Also, thanks for Persia Encounters 2 Global Offensive. Know us. We promise you will get a free game. Your shows in your gameless checkout. Hier haben wir den Link, den ich gerade angeklickt. Don't forget to give it to your friends and say thanks. Have fun, Steamplay. Ähm... So einen Link habe ich auch bekommen. Bei mir war es allerdings Black Ops 2. Was mich auch schon verwundert hat. Denn ich habe bei Black Ops 2... Das habe ich mir nie geholt. Wird allerdings in meiner Liste angezeigt, weil ich den mal im Gratiswochen an der Tag genommen habe. Wo mein Rechner allerdings so scheiße für war. Und hier Bedürfnis hat einfach hier Encounters 2 Global Offensive. Und... Das Lustige ist, jeden Account, den er hat... Da geht er erst einmal die Freundeslisten durch. Und dann... Direkt die Gruppen. Ich bin durch den Feld NW3-Treff draufgekommen. Und wenn man mir dann eine Chat-Anfrage schickt... Denke ich immer, vielleicht hat da ein Abonnent eine Frage. Demnach habe ich angenommen. Der hat mir den Link geschickt. Ich habe das gelesen, habe den Link gesehen. Und dachte mir, vielleicht guckst du mal drauf. Hab das gesehen. Ey, Free Game. Guckst du mal nach. Hab dann hier bei der... Hab ich dann hier ja den Scheiß eingetippt. Sagen wir mal hier so. Und so. Und so. Hab dann hier... Ich habe auch offiziell hier... Call of Duty Mordover V2. Hab dann hier auf Login geklickt. Und dann... Möchte er, dass man das hier runterlädt? Und das ist der problematische. Wenn er das runterlädt, dann habt ihr eigentlich schon verloren. Ich klicke jetzt einfach mal abbrechen und beende das hier ganz normal. Das kann ich jetzt auch beenden. Das kann ich auch beenden. Also das ist hier mein privates Facebook. Das ist mein Hintergrund. Das ist ja egal. Also und ich möchte darauf hinweisen. Wenn ihr auf diese komische Seite kommt, wo dieser Text ist, wo nur das Spiel variiert. Und meldet diesen Account sofort. Sofort dem Steam Support als geklaut. Weil das ist ein Hacker, der auf den übelsten Schneeball-Effekt, also der den übelsten Schneeball-Effekt nutzt überhaupt. Und ich möchte hier einfach mal darauf aufmerksam machen. In der Hoffnung, dass man vielleicht mal aufpasst auf solche Aktionen. Und dann eventuell auch hilft, ihn zu stoppen. Ich und Bidolfos, also wir kamen schon auf den Gedanken, dass er so allmählich mehr im spanischen Raum lebt. Dank des Facebook-Accounts. Wobei wir nicht sicher sein können, dass es seins ist. Wobei ich dann sagen muss, es ist relativ eindeutig, so wie die E-Mail-Adresse genutzt wird und der Facebook-Account. Da muss ich schon sagen, es wirkt relativ eindeutig. So als ob das echt ein Neuling ist, der noch alles Private nutzt. Idiot, muss ich da einfach mal sagen. Und da ich einfach persönlich meinen Steam-Account zurückhaben möchte, die gebe ich mir alle größte Mühe, den jetzt zu stoppen. Da das Blöde ist, dass ich auch in einer Gruppe von Lonely Pixels war, ist es so, dass er über die Gruppe von Lonely Pixels, das habe ich durch Beläubt mitbekommen, weitere Opfer gefunden hat. Und demnach versuche ich jetzt privat auch Lonely Pixels zu erreichen, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er nochmal darauf aufmerksam macht. Also einfach nur, damit ich dann über die YouTuber-Freunde, die ich habe, über ein gesamtes YouTube-Feld einfach mal bekannt gebe. Und ich hoffe auch, dass ihr privat euren Freunden, die alle Steam nutzen und auch denen, die nicht Steam nutzen, ist dann weiter sagen können, dass es sich einfach mal über komplett Deutschland, wie so eine Welle, voll geklaut jetzt, aber egal, dass es sich dann über komplett Deutschland einfach mal ausbreitet, damit man ihn stoppen kann. Damit einfach nicht noch mehr Leute, die einfach ein bisschen Unglück hatten wie ich, ihren Account verlieren. Weil einige haben einfach größere Accounts als ich. Ich muss sagen, bei mir ist es schon scheiße, vor allem wegen Skyrim, Sniper, Call of Duty, Amnesia. Ich kann eigentlich total viel aufsinnigen. Allein das, was ihr hier seht, ist ja alles über Steam. Na gut, ich räume mal das raus, was nicht über Steam ist. Na gut, also das hier. Das ist trotzdem nicht gerade eben wenig. Und das ist doch schon mies. Und ich muss sagen, ich habe hier nicht mal alles, was ich auf Steam hatte. Also ihr müsst ja einfach nur allein mal dieses Video gucken, in die Danksachen am Zahn rum und ihr seht, wie mein Steam-Account am 30. Januar aussah. Und da muss ich sagen, ich habe mir seitdem auch schon Alan Wake gekauft. Also ich glaube damals war auch nicht mal Warframe drin. Also muss ich sagen, es ist schon richtig bitter. Also versucht einfach mal da was zu drehen und versucht euch auch mal beim Steam-Support zu melden, dass ich meinen Account zurückkriege. Einfach nur, weil ich meinen Account recht gern habe. Der Support hat sich bisher bei mir noch nicht gemeldet. Na gut, der war jetzt auch bisher nur acht Stunden lang informiert. Also neun, sagen wir mal. Ich glaube, der ist jetzt seit neun Stunden, also seit 13 Uhr. Der ist seit 13 Uhr informiert worden, hier am Samstag. Also wir haben jetzt offiziell schon Sonntag, wegen 0.13 Uhr. Also der ist schon informiert. Ja, neun Stunden. Doch, neun. 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 Also der ist echt schon seit neun... Ne, Moment mal. Der ist auf jeden Fall schon informiert gewesen und der hat sich noch nicht gemeldet. Ich hoffe, dass ich bis Montagabend was von dem gehört habe, dem Support, weil wenn nicht, dann kann ich meinen Account eigentlich abschreiben und es mir einen neuen machen. Was relativ scheiße wäre so. Aber da muss ich jetzt sagen, beende ich einfach mal diese Information und... Ja, mein Account wurde gehackt und ich hoffe, dass ich ihn bald wieder bekomme. Auf Wiedersehen, einohle... Ja, mein Account... Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich danke Ihnen,